Hey Leute, heute sind wir mal wieder im BO2. Heute werden wir mal etwas trollen. Ja, jetzt haben wir auch schon nach 20 Uhr, wie schon gesagt, ich troll meist nur abends. Die haben mein Video gesehen, wo ich über das Modden rede. Das sehe ich ganz selten, stimmt aber auch. Und jetzt werde ich die mal trollen. Also ich beende gleich die Runde und sage, irgendwie werde ich schon etwas erfinden können. Habt ihr auch gestimmt, dass sie mich nicht hören. Und ja, dann sehen wir uns gleich. Okay, ich entschuldige einfach. Hey, hey, Leute, Leute. Hallo? Mann, ich möchte aber zusammenspielen. Ich möchte aber auch haben spielen. Nee, wenn dann... Nein, nein, nein. Ey, bitte komm erst aus. Ich weiße noch mal. Äääääähä... Äääähä... Ja, wie das ist nicht. Oder du, ne? Kann ich nicht? Dink, das Mod-Menü macht einfach antiquiert an. Mann, ich kann nicht beenden. Nein! Das ist so auffällig jetzt. Fuck, ich kann nicht beenden. Fuck! Mann! Okay, dann voll und vergesslich so jetzt. ich darf scheinen sagt ja okay viel erfolg an allen auf jeden fall ihr könnt ihr seid wirklich viel besser als wie andere einfach so ne muss ich wirklich sagen es hat viel besser normalerweise zieh ich viel härter jeden nein mann ich werde es nicht mehr verlieren ohu gerade noch raus und dann doch mal okay ja und ich möchte auch verkehrt hat was gesagt ey und mich interessiert es auch ob die merken ob ich was anhaben oder nicht also ja das finde ich richtig traurig dinge ja 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 aber ich werfe eigentlich nur die tomahawks ich äh berechne halt immer wann ihr wo es sei dass wenn ich merke ja jetzt kommt wahrscheinlich da raus ne albert jetzt zum beispiel bei dir dann werfe ich zumindest dorthin und hofft dann auch immer zu treffen und da treffe ich halt auch öfters ne und dann denkt halt die auch jeder dass ich immer an habe obwohl ich keins anhaben verstehst du ja deswegen meine ich das auch weil ich mag das gar nicht wenn man sowas sagt dass sie von die was anhaben obwohl ich immer normal zog ja bin besser in der beste spieler jetzt hat rechne ich ab und an so da müsstest du sein perfekt was für zehnmal auf dem boden digga schwer schwer auf dich und du stirbst punkt ich weiß nicht von was du redest nein jetzt hat klar nicht ab und kann das so getroffen hat nichts ja wie schon gesagt ihr seid wirklich besser als niemand kann da habe ich auch ob geplant bist du daraus kannst 24 ja ihr seid einfach viel zu gut ohne witz jetzt seid ihr seid wirklich viel zu gut für mich leute lassen aber auch killen bevor jetzt hat irgendwer sagt du bist sogar schlecht mit einem oder so ne erstens ich bin kein durchgehender modder ich mag nur manchmal zum tollen halten sonst gar nicht und ich lasse auch einige kills an mir machen erstens dass da kein verdacht kommt von aimbot und zweitens weil ja verluste zu haben auch gott ein auskopf Ja Er reicht mir Treff einfach nicht ich treffe einfach nicht No Scope Ich war so totes drauf. Das ist nicht normal. Das kannst du nicht, dass ich drauf nicht war. Ich war drauf, als er drauf ist, 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 er drauf ist. Ja, wie schon gesagt, du bist wirklich sehr gut. Wollen wir danach mal 1-1 machen? Dankeschön. Ja, okay, können wir machen. Komm, ich lass mal den AFKler stehen, ich bin mal so lieb. Ja, kann ich mich wollen. Nein! Ja, ich bin bei Ihnen gesponnt. Nein, ich will dich holen, ich will dich losen holen. Hä? Ich hol jetzt den AFKler. Ja, okay, weg, ich will dich wieder loschen hier. Nee! Nein, ich will dich holen. Das muss ich aber erst auf dich holen. Mann, ich will dann das Besonderes, ne? Ja, okay, ich will dich jetzt ja ganz normal. So. Ähm, hast gut gespielt, muss man dir lassen, ne? Haben wir jetzt ja gleich einen 1-O-1, komm. Dankeschön. Du bist ja ein guter Spieler, muss ja auch zugeben, ne? Ja. Dankeschön. Vielen Dankeschön. Ja, ich auch. Vielen Dank. Es ist übelst gut. Ja, dann müsstest du eigentlich wissen, wie gut ich bin, ne? Dass ich halt so gut bin. Ja. Ich weiß. Ich spiele ja auch online und da haben wir halt keinen ... 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 Ich bin überhaupt gegen Mod-Menü. Erst recht online. Da bin ja am meisten dagegen. Eigene Spiele kann man es ruhig mal machen, wenn man damit keine nervt oder so. Nein! 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 Wer war denn das? T-Beutel. T-Beutel. Kleiner Hinweis. Der da, ne? Wenn ich da drauf gehe, freeze ihn natürlich. Das war ich vorher. Hab mir unbekannt. Komm, jetzt halt rein. Falscher. Der andere, der kam rein. T-Beutel. T-Beutel. Du bist mein T-Beutel. Der T-Beutel. Ah, da ist ja der T-Beutel. Hallo. 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 Äh. Machen wir alle gegen alle. Komm, ich bin mal so lieb. Da hat T-Beutel wenigstens eine größere Chance, weil dadurch kann er dich mitholen. Komm, alle gegen alle. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg euch beiden, ne? Ihr könnt auch teamen, wenn ihr wollt. Ihr könnt sagen, nee, wir arbeiten jetzt ja zusammen gegen Fake-Racer, dass er nicht gegen gewinnt. Könnt ihr auch machen, wenn ihr wollt. Das Ganze euch überlassen. Ja, das Ganze euch überlassen. Ihr könnt machen, was ihr wollt mit mir. Was soll das jetzt, ne? Kühl. Okay. Nicht in meinem Auto, nicht in meinem Auto. Und dann wird's, ich bin hin. Ja, Fake-Racer, du holst mich immer auf die Hände. Was noch? Und Tomahawk. Ja, ne? Ja, Fake-Racer, du holst mich immer auf die Hände. Was noch? Und Tomahawk. Nein. Hey Junge, was machst du? Oh Gott, ja. Wie schon gesagt, ihr seid wirklich besser als wie manche andere. Jetzt soll ich euch mal ein Geheimnis verraten. Aber bitte niemandem weiter sagen, sonst könnt ihr meinen Ruf bestätigen. In Videos bin ich meist schlechter als wie jetzt halt normal, ne? Wenn ich nicht aufnehme. Weil da doch sagen mehr Leute, ach der ist gar nicht mal so gut gegen den 1-1. Und dann bin ich halt immer so gut, dass ich die halt ziehe. Weil ich simuliere halt, dass ich gut bin, aber nicht ganz so gut wie normal, ne? Versteht ihr? Ja, normalerweise bin ich besser, ja. Aber ich simuliere immer bloß, ne? Dass, dass jeder gegen mich 1-1 machen will und ich die dann abrasieren. Verstehst du ja? Ja. Ja, ja, ich verstehe. Nein, ich kann einfach so einfach so eine Pflanze fest. Was? Was? Warte mal. Was? Hä? 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 Das war gerade voll komisch. Ich war im... Alter. Ticke, ich bin jetzt gerade um mein Leben. Ja, Tomahawk hat nicht getroffen. Man. Wahrscheinlich. Ja, ich kann's noch gar nicht, man. ähm... Der immer der letzte. Ich hab sogar auch einen YouTube-Kanal. Ich hab einfach nur... Geht hoch. Der, wo anfangen will, da ist denn die Abonnenten-Niga. Wie süß. Ich hab einfach nichts zu wild. Ja, ja, geht mal wohl, Bang. Oha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Backe will ich jetzt nicht. Na rein. Ja. Du musst so auf das Limefakt in ihr eifen, oh Gott. Ne, also. Ich hole mich auch nicht. Hä? Ja, ich... Ich schieß einfach daneben. ja das war sie auch noch wie schon gesagt ich freue eigentlich wenn er nur sehr am spät hat nicht mehr am abend und nein wie schon gesagt das regt mich richtig aufwendend so was wer behauptet ja das schuld aber guck mal das ist irgendwie komisch das war irgendwie grad übelst komisch ich hab dich geholt nach zwei sekunden später bin ich gestorben wegen der Tomo ich hab da schon meine Meinung gesagt ne ähm dass ich meistens Videos nur so mache als wäre ich schlechter obwohl ich eigentlich viel besser bin oh nein erst mal ich rufe dich gleich wieder zurück ich bin hier beschäftigt ist egal ich bin hier beschäftigt ich habe den halt doch in den skype dran so als last kill lasse ich es auflösen jetzt darf ich ihn nicht nachgeben hätte drückt niemals hat er dieses tomahawk aber nicht also wirklich wirklich so schlecht oder hat man schon gedacht da habe ich eine geist klasse jetzt bisschen ich weiß nicht was schon weil viele sagen sie mal hd 60 oder so was oder noch so eine andere ich habe geist ich verstecke mich aber ich sage euch nicht wo ich will gekillt werden kein respekt mehr oder so ja oh god ok reiht doch schon wieder 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 ich hab die hände verhandelt ah hä? alter wie wie machst du das? hä? wie ist das komisch kein wunder dass du da morgen wieder getroffen hast so leute 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 ihr seid in meinem nächsten vorlieg hm in meinem trolling video hab doch geht so auf instagram heißt so auf instagram heißt misshandlung mini ok ey ähm leute das wärs ja mit dem video gewesen gebt auf jeden fall einen daumen nach oben wenn ihr mehr trollings wollt obwohl ich sehr selten instagram by topics auf jeden fall freut es mich wenn ihr meine video schaut war leid auf jeden fall leute wenn ihr mehr bio 2 wollt würde ich eh jeden tag bringen 3 mettre Source öö so gerade reinkommen ist. Und schönen Leute! Macht alle F-